Ich habe heute eine Schaltung aufgebaut, bei der ein Taster eine Leuchtdiode ansteuert. Sie werden sagen, das ist doch nichts Besonderes, aber das Ganze habe ich über Interrupts realisiert, und zwar über den sogenannten Pin-Change-Interrupt, der an jedem einzelnen Pin unseres Prozessors möglich ist. Und das sogar bei einem ganz normalen Arduino Uno. Wie geht das? Dazu müssen wir uns erst einmal ein bisschen Theorie anschauen. Wenn wir uns mit Interrupts beschäftigen, stoßen wir sehr schnell auf die Funktion Attach Interrupt auf Arduino CC. Diese ist beim Arduino Uno allerdings beschränkt auf die externe Interrupts Pin 2 und 3. Wenn wir die anderen Pins für Interrupts benutzen wollen, müssen wir den sogenannten Pin-Change-Interrupt nutzen. Im Pin-Out-Diagramm finden wir hier diese Interrupts 1 und 0. Das sind die beiden externen Interrupts. Die Pin-Change-Interrupts sind aber quasi an allen Pins möglich. Man sieht das hier. Jeder Pin bietet eine Möglichkeit, Pin-Change-Interrupt auszulösen. Und wir fangen heute einmal an und nutzen diesen Pin-Change-Interrupt 10, Pin 16, schließen dort eine Taste an und arbeiten Interrupt-gesteuert. Sehen wir uns einmal die Register an, die für Pin-Change-Interrupt notwendig sind. Wir finden sie unter External Interrupts und das sind die Register Pin-Change-Maske 0 bis 3. Da sind tatsächlich für jeden Pin, den ich benutzen kann, ist ein einzelnes Bit vorgesehen. Mal angenommen, ich möchte den Pin-Change-Interrupt 10 benutzen. Dann suche ich mir das entsprechende Bit aus, mit dem ich diesen Interrupt aktiviere. Und das hat die Nummer 10. Hier wären 8 Bit, Nummer 0 bis 7. 8, 9, 10. Und dieses Bit wird gesetzt. Damit ist der Interrupt in der Maske ermöglicht. Jetzt muss man wissen, diese Maske beinhaltet hier zwar eine ganze Menge an Bits, tatsächlich gibt es aber nur 4 Pin-Change-Interrupts. Zu jeder Maske gehört ein Pin-Change-Interrupt. Das heißt hierfür, Maske 0, gibt es den Pin-Change-Interrupt 0. Für die Maske 1 gibt es zusammen den Pin-Change-Interrupt 1. Diese Pins hängen am Pin-Change-Interrupt 2 und die restlichen Pins müssen den Pin-Change-Interrupt 3 benutzen. Und diese 4 Interrupts, die finden wir hier oben im Pin-Change-Interrupt-Control-Register. Da gibt es auch dieses Pin-Change-Interrupt-Enable. Und weil wir jetzt hier Maske 1 benutzen, müssen wir das Bit mit der Nummer 1 aktivieren. Also den Interrupt mit der Nummer 1, der ist jetzt enabled. Dazu passend gibt es hier oben noch das Interrupt-Fleck-Register. Da könnten wir den Interrupt löschen. Das ist aktuell aber nicht möglich. Sehen wir uns das noch einmal im Pin-Out-Diagramm an. Wir wollen den Pin-Change-Interrupt 10 benutzen und den finden wir hier. Das heißt, wir müssen auf Pin 16 gehen, denn der Pin 16 ist dem Pin-Change-Interrupt 10 zugeordnet. Das heißt, Analog Input 2. Im Code nennen wir zunächst einmal den Pin 16 Button Pin 1, weil dort die Taste angeschlossen sein wird. Die globale Variable für den Interrupt-Counter nehmen wir zunächst einmal zur Kenntnis und schauen uns Setup an. Im Setup wird ganz normal die Leuchtdiode auf Output gestellt, die Taste auf Input mit internem Pull-Up-Widerstand. Konsole gestartet und jetzt machen wir etwas wie Disable Interrupts. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Mit CLI kann ich Clear Interrupt, sämtliche Interrupts disablen, also sperren. Und dann beginnen wir das, was wir gerade eben von Hand gemacht haben, im Setup-Code auszuführen. Und zwar, dass wir in der Pin-Change-Interrupt-Maske 1 das entsprechende Bit setzen, wo der Pin-Change-Interrupt 10 zu finden war. Das habe ich hier dokumentiert und da oben entsprechend gesetzt. Pin-Change-Maske 1 wird so gesetzt, dass wir an den Pin-Change-Interrupt 10 kommen. Im Pin-Change-Interrupt-Fleck-Register wird die Interrupt-Fleck gelöscht für den Interrupt 1. Denn Pin-Change nutzt ja von den vier möglichen Interrupts genau den Interrupt 1. Und falls der schon gesetzt wäre, wird der gelöscht, indem man an die Stelle eine 1 schreibt. Schreiben einer 1 löscht ein Interrupt-Fleck. Das muss man wissen. Zum Schluss wird im Kontroll-Register diese Interrupt noch ermöglicht. Ich schreibe hier eine 1 für Interrupt-Enable. Danach kann ich Interrupts wieder freigeben. Es kann nichts mehr passieren. Wir sind durch mit der Initialisierung. Die Loop hat letztendlich nicht viel zu tun. Die macht sich einen lokalen Zähler und vergleicht mit dem globalen Zähler, den wir hier oben hatten. Der tatsächlich zählt. Die Loop macht sich von diesem Zähler eine Kopie. Und die Loop sagt, wenn der Zähler jetzt größer ist als meine lokale Kopie, dann werde ich an der Konsole eine Ausgabe machen und den aktuellen Zählerstand ausgeben. Außerdem wird sie sich noch den aktuellen Zählerstand als zukünftigen alten Zählerstand merken. Interessant ist jetzt, was in der Interrupt-Service-Routine passiert. Wenn eine Flanke am Eingang für den Pin-Change-Interrupt 10 auftritt, wird die Pin-Change-Interrupt 1 Interrupt-Routine aufgerufen. Es gibt ja nur vier Interrupt-Routinen. 0, 1, 2, 3. Wir sind hier in der Interrupt-Routine 1. Dort passiert Folgendes. Zunächst einmal wird die LED getockelt, sprich, hat sie geleuchtet, wird sie ausgeschaltet. Hat sie ausgeschaltet, wird sie eingeschaltet. Und außerdem wird für den Fall, dass die Taste aktuell gedrückt ist, wir sind Active-Low, der Pin-Change-Interrupt gezählt. Bevor wir uns das jetzt im Debugger anschauen, noch ein Wort zur globalen Variable. Vor diese globale Variable habe ich das Schlüsselwort Volatile geschrieben. Und das hat einen Grund. Volatile sagt dem Compiler, Vorsicht, diese Variable kann sich zu jeder Zeit ändern. Der Compiler wäre ansonsten versucht, sich die Variable in einem Register zu merken und zu sagen, diese Variable muss ich ja nicht immer aus dem Speicher lesen, denn sie ändert sich ja ohnehin nicht. Schauen wir uns die Loop einmal an. Ich frage zwar immer wieder die Variable PCIntCount ab, aber die Variable selber wird nirgendwo verändert hier in der Loop. Das heißt, der Compiler glaubt, die bleibt konstant, dann kann ich mir eine Abkürzung erlauben. Das darf er aber nicht, weil ja tatsächlich in der Interrupt-Service-Routine die Variable geändert wird. Und um das dem Compiler klar zu machen, muss ich Variablen, die verändert werden können, als Volatile kennzeichnen. Das heißt, das ist eine Volatile, Uint8, PinChangeInterrupt, 10, Counter. Und jetzt sehen wir uns den Ablauf tatsächlich einmal an. Das Programm ist running. Ich drücke auf die Taste. Es wird sofort ausgegeben, PinChangeInterrupt hat sich um 1 erhöht. Die Leuchtdiode leuchtet. Wenn ich loslasse, geht sie wieder aus. Ich setze jetzt einmal einen Breakpoint in die Interrupt-Service-Routine. Wenn ich jetzt auf die Taste drücke, landen wir schlagartig in dieser Interrupt-Service-Routine. Die Leuchtdiode ist geradeaus. Wenn ich hier einen Step weiter klicke, geht die Leuchtdiode an. Er fragt jetzt noch einmal den Push-Button ab. Und nachdem ich ja gerade eben ausgelöst habe, werde ich mit meinem Finger noch auf diesem Push-Button liegen. Und er wird Low feststellen und damit den Counter um 1 erhöhen. Ein Single-Step. Tatsächlich, er erhöht den Counter. Um den Counter zu beobachten, müssen wir ihn im Watch-Fenster einfügen, denn es ist ja keine lokale Variable. Das mache ich mit Doppelklick und tippe PC-Int-Count10. Und dann sehe ich, der hat den Wert 2 bekommen. Als nächstes setze ich einen Breakpoint in die Loop. Mache ein Go. Und da stellen wir fest, dass er wieder in der Interrupt-Service-Routine landet. Warum macht er das? Eigentlich klar, ich habe die Taste losgelassen. Und auch das Loslassen der Taste bedeutet einen Pin-Change-Interrupt. Beim Loslassen der Taste wird er die Leuchtdiode jetzt wieder ausschalten. Wird danach prüfen, ob die Taste gedrückt ist und feststellen, dass sie es nicht ist. Deswegen wird er nicht mehr zählen und die Interrupt-Service-Routine gleich wieder verlassen. Der Breakpoint in Loop steht aber noch. Und da landet er jetzt auch. Stellt fest, dass der Pin-Change-10-Interrupt-Counter größer ist als der alte Pin-Change-10-Interrupt-Counter. Und springt deswegen rein in die IF-Abfrage. Dort findet die Ausgabe statt. Er merkt sich den Zähler fürs nächste Mal. Und das Spiel beginnt von vorne. Wenn sich der Interrupt-Counter nicht erhöht hat, wird sich in Loop auch nichts tun. Und wir sind wieder ganz normal running. Der Pin-Change-Interrupt ist also eine ganz feine Sache. Man kann an jedem einzelnen Pin einen Interrupt auslösen und damit arbeiten. Eine Frage, die allerdings oft gestellt ist, ist, was ist, wenn ich jetzt mehrere Interrupts innerhalb eines Maskenregisters freischalten möchte. Das heißt, zwei benachbarte Pins zum Beispiel als Interrupt-Quelle nutzen möchte. Dafür habe ich einen kleinen Code vorbereitet. Und das sehen wir uns auch schnell einmal an. So sieht der Aufbau aus, wenn zwei Pins sich den Pin-Change-Interrupt 1 teilen müssen. Wir haben hier wieder unseren Taster 1. Der zählt den Pin-Change-Interrupt 10. Der Taster 2 zählt den Pin-Change-Interrupt 13. Und ich kann jetzt auch beide gleichzeitig drücken. Und dann werden beide auf 4 hochgezählt. Und da spielt es keine Rolle, wenn das sauber gelöst ist, in welche Reihenfolge oder wie genau ich das drücke. Um unterscheiden zu können, welche der beiden Interrupts jetzt den Pin-Change-Interrupt 1 auslösen, setze ich einmal einen Breakpoint in die Interrupt-Service-Routine. Dann löse ich einen dieser beiden Interrupts aus. In dem Fall den Interrupt 10. Und wir lesen als erstes unsere Variablen für die Flankenerkennung ein. Aktuell sind alle Buttons auf Released. Ein Single-Step. Und er erkennt, dass Button 10 jetzt neu gedrückt wurde. Button 13 allerdings noch nicht. Jetzt wird die Flanke ausgewertet. Wenn Button 10 gedrückt ist, Button 10 Old aber nicht. Das haben wir. Dann geht er rein, wird die Leuchtdiode umschalten. Sie geht aus. Und wird sich den Zustand für die nächste Flankenerkennung merken. Das heißt, jetzt ist Button 10 presst und Button 10 Old ist presst. Wenn er losgelassen wäre, würde er den Zustand sich auch hier merken. Das heißt, ich mache nochmal einen Step. Der Button 13 dürfte jetzt nicht erkannt werden. Der ist zwar Released, war aber schon Released. Das macht nichts, wenn er ihn nochmal auf Released schreibt. Danach mache ich wieder ein Go und wir haben eine Ausgabe an der Konsole. Wenn ich die Taste loslasse, bekomme ich auch einen Interrupt. Wir sind ja Pin Change Interrupt. Aktuell sind Button 10 und Button 10 Old pressed. Ein Single-Step. Dann liest er ein, okay, der wurde jetzt Released. Button 13 bleibt unverändert auf Losgelassen. Und jetzt erkennt er Button 10 gleich Released und setzt den Button 10 Old auch auf Released, damit die Flanke wieder neu erkannt werden kann. Am 13er hat sich nichts getan. Und wir können die Interrupt Service Routine wieder verlassen. Schauen wir uns das Beispiel noch einmal an, indem wir Pin Change Interrupt 13 auslösen. Ein Single-Step. Button 10 bleibt auf Released. Button 13 ist aktuell presst, war Released. Also wird Pin Change 10 nicht ausgewertet. Released sehr wohl. Das spielt keine Rolle. Das könnte man auch beschränken hier auf die loslassende Flanke. Aber hier würde er jetzt reingehen und würde sagen, okay, diesmal habe ich Pin Change 13 gehabt. Und da macht er auch die Leuchtdiode auf an diesmal. Zählt den 13er Zähler, merkt sich die Taste und kann die Interrupt Service Routine wieder verlassen. Beim Verlassen der Interrupt Service Routine sehen wir, dass in der Konsole der 13er gezählt wurde. Soweit zum Pin Change Interrupt am Arduino. Ich hoffe, ich habe alles richtig erklärt und sollten Fragen offen geblieben sein. Schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Da gehe ich natürlich darauf ein. geht's tun. Dann haben wir es mal unser Unternehmen auszusetzen. Jetzt Dirh hidrunde aussonstest, ebenso fleraken. Wir nehmen die Kommentare. Wir beim Zweden an dieszychste Droge aus wird. Wir machen die Kommentare. Wir machen das immerzu und ich인가! Vielen Dank.